Er ist bis heute das wohl sagenumwobenste Rätsel des Schrobenhausener Landes, der Sechsfachmord von hinter Kaiweck, als im Jahr 1922 auf dem Einödhof bei Gröbern eine ganze Familie samt Dienstmarkt von einem Unbekannten ausgelöscht wurde. In wenigen Tagen jähren sich die tragischen Geschehnisse zum 95. Mal. Gästeführerin Maria Weibel bietet in Zusammenarbeit mit dem Gasthof Bogenrieder regelmäßig Führungen nach Hinterkaifeck an. Am Ort des Geschehens befinden sich nur noch die Grundmauern tief in der Erde. Hier am Eck ist der Weg vom Hexenhölzl reingegangen zur Hofstelle. Da befanden sich lauter Obstbäume. Damals waren wir ja Selbstversorger. Das Wohnhaus, wenn man jetzt die Straße sieht, war Wohnhaus, Kuhstahl, Stadl in L-Form reingebaut. Und oberhalb war nochmal ein Stadl. Und hinten querrum hätte man vorgehabt, einen neuen Kuhstahl zu bauen. Warum hat man die Hofstelle abgerissen? Sie müssen sich das so vorstellen. Es wollte keiner hier wohnen. Jeder hat Angst gehabt, der Mörder kommt wieder zurück. Und so hat man praktisch die Hofstelle abgerissen. Aus den Steinen haben sie sich dann einen neuen Stadl gebaut. In Weidhofen wurde ein Wohnhaus gebaut und in Gröbern ein Hühnerstahl. Legendär auch das benachbarte Wäldchen, von dem aus der Mörder seine Opfer ausgespäht haben soll, bevor er sich im Winter auf dem Hof einnistete, unbemerkt von den Hinterkaifeckern. Wir sind jetzt hier am Hexenhölzl. Und das war jetzt der Weg von den Hinterkaifeckern, der Kirch- und Schulweg. Der Weg hat direkt zum Hof nach Hinterkaifeck geführt. Und unter anderem die kleine Zilli. Das war der Schulweg von der siebenjährigen Zilli. Die Wanderungen rund um Weidhofen haben sich zum touristischen Erfolgsprojekt entwickelt. Selbst die letzten Ruhestätten der Opfer sowie einiger Tatverdächtiger ziehen die Menschen magisch an. Wir gehen immer zum Schluss auf den Friedhof und zeigen hier die Grabstätten. Und wie der Herr Schlittenbau damals verstorben ist, gab es jetzt zum Beispiel hier in Weidhofen nur schwarze Grabsteine. Aber die Kinder haben ihn in einem weißen Grabstein setzen lassen, weil sie wollten einfach die Unschuld vom Papa beweisen. Wir sind jetzt hier an der Grabstelle von den Hinterkaifeckern. Und hier sind die Hinterkaifeckern alle sechs beerdigt. Auch die Magd und alle sechs ohne Köpfe. Und wie die Beerdigung war, waren tausende von Leuten hier. Und man hat ja früher die Särge nochmal durchs Dorf getragen, so zum Abschied. Es war so still, hat man mir erzählt, man hätte eine Maus laufen gehört. Es waren drei Priester hier und die haben dann die sechs Toten hier in dieser Grabstätte beigesetzt. Nach 95 Jahren ist der Mordfall immer noch mysteriös und auch ein Stück weit faszinierend. Das beweist das rege Interesse an den Toren. Ja, ich sag, Hinterkaifeck ist ein Mythos, wird ein Mythos bleiben. Und die Leute sind total gemischt, also von Kinder an bis Erwachsene. Also alte Leute, junge Leute und die Gruppen sind immer gemischt. Und das ist halt eine sehr spannende Geschichte, weil man einfach an die Natur geht und man kann zeigen, wo war die Hofstelle, wo ist das Märterl, wo ist die Grabstätte. Wie haben die vielleicht gelebt und wo haben die gelebt. Und das ist halt für die Leute sehr interessant. Und weil man eben den Mörder nicht gefunden hat, darum bleibt es immer ein Mythos. Und der Tatort, der ist seit kurzem neu verpachtet und frisch umgeackert. Schon bald sollen hier landwirtschaftliche Produkte angebaut werden, die möglicherweise einen Hauch des Unheimlichen in sich tragen. Aber sicher nur für Abergläubische. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020